Was geht, meine lieben Freunde? Seid herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Seid herzlich willkommen, seid herzlich willkommen. Wo fange ich doch nur an? Lange ist es her, dass ich hier auf diesem Kanal mal wieder was hochgeladen habe, aber das wird sich auf jeden Fall bald in Zukunft ändern. Aber bevor wir jetzt in die Zukunft gehen und ich euch erzähle, wie es dann da aussehen wird, möchte ich nochmal kurz erklären für die einen oder anderen, die es noch nicht mitbekommen haben, warum bislang jetzt noch kein Video kam. In erster Linie war ich nicht mit dem zufrieden, was ich quasi auf YouTube euch gezeigt habe. Also muss ich dementsprechend meinen Kanal quasi umstrukturieren und das alles von vorne überdenken. Weil das alles bei mir momentan auf dem Kanal damals so unübersichtlich war, habe ich mich dazu entschieden, mal eine gewisse Struktur einzubinden. Weil wie ihr wisst, mache ich ja YouTube und Twitch, also das Livestreamen, Teilzeit, weil ich ja gerade noch Schüler bin. Also prinzipiell zusammenfassend kann man sagen, ich musste neue Ideen rausfinden, die Zeit, diese Ideen umzusetzen, hat ein bisschen gebraucht, sogar vielleicht ein bisschen mehr als ein bisschen. Und letztendlich habe ich mich jetzt für ein grobes Konzept entschieden. Also in Zukunft seht ihr auf diesem Kanal zwei Videos pro Woche. Das erste Video wird ein Highlight-Video sein, der letzten Woche der gesamten Streams, was passiert ist. Und das zweite Video wird quasi ein rohes Gameplay sein, wo ich einfach in irgendeine Runde einsteige. Und wie gesagt, das erklärt sich ja von alleine, rohes Gameplay. Also ihr seht, in der Theorie klappt alles. Ob das dann auch später in der Praxis so klappt, werden wir dann gemeinsam sehen. Ich werde aber trotzdem immer mein Bestes geben, zwei Videos die Woche hochzuladen. Eine kleine Anmerkung, für diese Woche wird leider erstmal nur ein Video kommen, das kommt dann am Montag. Und ab nächste Woche kommt dann wieder am Montag ein neues Video und dann am Mittwoch das allererste rohe Gameplay nach langer Zeit. In diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem allerersten Stream-Highlights-Video. Und wir sehen uns dann demnächst. Macht's gut, Freunde. Bye! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wie können wir es denn zulassen, dass ich so einen Kill kriege, wie, wie geht das überhaupt, ah, ich werde sowas von hart auf die Fresse kriegen, God bless America, oh mein Gott, nein, 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 Ja, leave now, your location has been compromised. Komm schon! Ach, nein... This can't be too, man. Ey, ich höre, ich hab kein boh, lass mal, dann lass mal diese prone Strait machen. Wie, was? Diese prone Strait. Just try to only go prone, okay, nothing else, just prone. Okie dokie! Okay, you lads, ready? Aber das wird eine lange Runde, du. Das wird ne f***ing lange Runde, wenigstens kann ich ADS'n, Digga Oh Junge, ich glaub du savest so ein bisschen dein Head, gell? Äh, also mein Head savest du mit dem Schild, gell? Die wurde richtig hoch genommen, Alter Ragequid, Alter Ey, only Pro Oh, gefickt Gefickt, Alter Oh oh, oh oh, Mira sieht uns Hey, von wo kam jetzt die Nate, Alter Ja, Digga, ich hasse diese Shotgun von Dings Ey, ich hasse das Immer wenn ich Shotgun spiele, hat der Typ nur noch 5 HP, Alter F***ing 5 HP, man Ich hasse Shotguns über alles, Mann Hm Hm Oh mein Gott Was ist Koby, Alter? Was ist Koby, Alter? Das war das Ja Hahaha Oh mein Gott Get rekt Doc, get rekt, Bruder Get rekt, Bruder Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, Martin Are you kidding me? 5 Sekunden 5 Sekunden An assertion Nein, 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 nein! Wir kämen zusammen, wir sterben zusammen, man! Ich wollte die Nade wegschmeißen, Alter! Guck dir über das Massaker an, Alter! Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, ich wollte die Nade wegschmeißen! Can I just play safe somewhere here without like dying is there any possibility Like are you guys kidding me good luck dude. Thank you, man. Wish you too I'm located a bomb Protected Good dude good good and he got good Don't defuse don't defuse please What why Don't defuse Stand still stand still stand still Ah I All friendly I 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 das war wahrscheinlich das dümmste was ich gemacht habe und dann sagt der missklickt Junge ich werde jetzt was versuchen wenn das geht lache ich mich tot nein jetzt habe ich das kaputt gemacht glaube ich doch ich kann ja man war formula come to me fam come to me i have the ultimate spot i have the ultimate spot for clash don't mess with me bist du schnell weggelaufen hello pikachu Junge ich hab nur noch 10 HP Junge die wenn mich hier noch nicht mal bemerken easy win wenn die mich hier bemerken lache ich mich tot ich höre haha weiter why you guys thoroughly 1-up 4 remaining die zieht sie mich die zieht mich nicht oder doch 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 jetzt zieht sie mich 360 360 die zieht mich nicht 360 doch die zieht haha haha ich bin nicht fertig mit dir nicht mit mir nicht mit mir nicht mit mir nicht mit mir haha sie kamen zu studen studen dorn jetzt im ping smocker du kannst du siehst du siehst du siehst du siehst nr im never adul lol 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 ha 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 es meine erste kill mit meistruck ha ha geiler leiter heil machen Die Gruppe ist das geilste man, ja man, 5000 Euro, Trading ist das Beste was du machen kannst, vor einem Jahr habe ich angefangen mit Trading, und jetzt seh mich an, ich sitze in der Porsche Cayman S. Ich hätte die IQ gehabt, ich hätte die IQ gehabt, wenn ich nicht zu hoch abgehe, oh, 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 oh wenn ich nicht zu hoch geämmt hätte. Super laden doch.